moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen pileup glich zeigen auf der karte die maschine und zwar müsst ihr für diesen glitsche diese kiste haben oben beim penthouse und wenn ihr die kiste habt um beim penthouse dann kommen die zombies entweder hier nur von links und der rest versammelt sich hier vorne also hier könnt ihr easy auf herons gehen leute ich würde euch jedoch empfehlen nimmt die wunderwaffe mit oder nimmt die rager mit am besten damit ihr die zombies von links auch ohne probleme töten könnt ich habe das auch so gemacht dass ich die pflanze links am sporn platziert habe so dass ich mich nur nach vorne hier auf diese zombies konzentrieren kann die kiste sporn völlig random leute also es kann sein dass sie direkt am anfang bei euch sporn oder erst nach 20 runden also schaut am besten nach jeder runde einmal jungen vorbei ob die kiste gespawnt ist ich habe das so gemacht so dass ich hier am tunne diesen glitsch mit der fernengladung gemacht habe dieser geht indem ihr die fernengladung raus und hier gegen diese türen gefällt wo ich hinfahre und dann geht seid ihr aus der fernengladung raus und die fernengladung bleibt firma da so ihr könnt dann hier die zombies töten ganz hinten droht nach jede runde könnt ihr hier auf diesen flügel drauf gehen und hier rüber schauen ob die kiste dort gespawnt ist ihr müsst natürlich auch auf dem megaton schauen weil der wird auch häufig kommen aber ihr könnt dort im gang auch eine gepflanze platzieren so dass er da schon mal so ein bisschen aufgehalten wird oder ihr könnt auch ein todbringer mitnehmen leute damit ihr den megaton auch ganz in ruhe damit weg lesern können ansonsten war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls in zukunft nichts mehr verpassen wollt dann könnt ihr auch gerne ein abo da lassen und die glocke aktivieren ansonsten und bis zum nächsten mal